Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feine Podcast Episode 399. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Für Golf war mal wieder keine Zeit, aber für die Arbeit, da muss immer Zeit sein. Einen Termin hatte ich, den ich spannend fand diese Woche, den ich super spannend fand. Und zwar eine Stabsübung des Katastrophenstabes des Landes vom Innenministerium organisiert. Alles ganz spannend, alles ganz streng geheim. Und da ging es also darum, dass die ein angenommenes Szenario durchgespielt haben, rein bei sich im Lagezentrum am Schreibtisch, um zu gucken, wie die Abläufe intern zwischen den ganzen Behörden und Hilfsorganisationen funktionieren. Dann bin ich hingegangen, habe mir ein Bild davon gemacht, was die da tun und habe dann ein Kollegengespräch dazu gemacht, um das zu erklären. Und ja, wenn man mit Katastrophenschützern spricht, dann will man ja immer gleich zum Prepper werden. Was der so an die Wand malte für Szenarien und wie realistisch jetzt alles ist und so weiter. Das war schon einigermaßen interessant. Da macht man sich so seine Gedanken. Wir haben zum Beispiel gar kein batteriebetriebenes Radio für den Fall der Fälle. Aber andere Geschichte. Im Augenblick zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich in Hessen bei meinen Eltern und sitze in meinem alten Zimmer. Denn dieses Wochenende war Klassentreffen unserer Mittelschulklasse. Da sind wir im Sommer 96 abgegangen und seitdem treffen wir uns immer mal unregelmäßig. Und so auch gestern. Die Anreise musste mit einem Mietwagen erfolgen, weil am Erscheinungstag dieser Episode hat meine liebe Frau ihren Vorstellungsgottesdienst in der Gemeinde in Riesebüh. Also wenn ihr das noch rechtzeitig hört, 14.30 Uhr könnt ihr dann noch hinkommen, Kirche voll machen. Und entsprechend braucht sie das Auto. Da habe ich mir also sehr günstig bei Sixt einen Mietwagen geschossen. Sollte eigentlich ein Elektroauto sein. Jetzt hatten die aber keins und deswegen ist es ein VW T-Rock geworden. Das ist gar kein schlechtes Auto, finde ich. Automatik, Benziner, vollgestopft mit Assistenzsystemen. Und die geilste Scheiße ist eigentlich dieser automatische Tempomat. Nicht nur, dass der den Abstand zum Vordermann einhält, bis dass der Wagen stoppt und dann im Zweifelsfall auch von alleine wieder anfährt. Der erkennt auch Geschwindigkeitsbegrenzungen und regelt dann automatisch das Tempo runter. Er bremst dann auch aktiv ab. Das ist grundsätzlich ziemlich cool. Kann aber auch mal schief gehen, wenn zum Beispiel das Navi sagt, Moment mal, egal was du hier erkannt hast, aber ich erinnere mich, dass hier vor einigen Jahren mal 60 war und ich habe keine Info darüber, dass das nicht mehr ist. Und dann bremst der Wagen halt einfach auf der Autobahn auf 60 runter. Da erschrickt man sich dann ein wenig. Aber letztlich kann man ja diese Funktion auch überschreiben. Also man kann ja auch sagen, das ist die Geschwindigkeit, die du jetzt gefälligst fährst und jetzt hör auf zu bremsen. Das geht ja dann alles, aber das ist so ein bisschen, das trübte ein wenig den Fahrspaß. Genauso wie eigentlich die ganze Reise getrübt war. Denn es war ja ein langes Wochenende und alle wollten dringend los und entsprechend stand ich dann von kurz vor Schnellsen bis knapp hinter Göttingen mehr oder weniger in einem großen Stau. Also lief immer mal relativ flüssig zwischendurch, aber halt immer nur für ein paar Kilometer. Das war dann doch sehr frustrierend. Dann diese Geschichte, dass die A45 bei Lüdenscheid ja vollgesperrt ist auf unbestimmte Zeit. Und da sagen immer alle, da möchte man nicht langfahren. Also bin ich dann über Kassel gefahren und da fährt man dann halt nochmal zwei Stunden Landstraße bis zu meinen Eltern. Wahrscheinlich ist es nur anderthalb, wenn man sich auskennt. Aber seitdem ich den Führer schon habe, seit 25 Jahren, habe ich mich da nicht einmal nicht verfahren auf dieser Strecke. Und entsprechend war es auch diesmal so. Und die Reise war dann doch zehn Stunden lang für eine Strecke, die etwas über 600 Kilometer beträgt. Das war ein bisschen nervig. Ansonsten, was jetzt so am Wochenende passiert ist, war, dass ich viel mit der Familie unternommen habe. Wir sehen uns ja relativ selten. Dann natürlich das Klassentreffen, das war auch eine richtig schöne Runde. Haben wir nett zusammengesessen, sehr gut gegessen und uns richtig gut unterhalten. Das war alles sehr schön. Ja, dann hatte ich ja neulich erzählt von der Charsen Cloud, dass es also jetzt eine Next Cloud Instant auf meinem Webpack gibt. Und ich muss gestehen, das nervt dann doch ein kleines bisschen, weil es nämlich am Handy nur eingeschränkt nutzbar ist. Das ist ja immer das, was ich ja mit Google und anderen Apps gemacht habe, dass ich das sozusagen als zweites Gehirn benutzt habe. To-do-Listen angelegt, Termine organisiert und, und, und. Und dann konnte ich also immer wissen, aha, habe ich an dem Tag Zeit oder nicht. Und mit Deck funktioniert diese To-do-Listen-Funktion einigermaßen gut. Da habe ich mich inzwischen dran gewöhnt. Aber in der Next Cloud App funktioniert irgendwie das Kalender-Widget nicht. Das heißt, ich kann nicht sehen oder gar bearbeiten, was für Termine ich habe. Und muss da immer so ein bisschen rumhühnern. Und also wenn es da eine coolere Lösung gibt als die offizielle App, sagt gerne mal Bescheid. Das würde mich interessieren. Ansonsten noch der Hinweis, morgen kommt das neue Podjournal raus. Und nächste Woche, am Samstag voraussichtlich, am 6.9., werde ich die 400. Episode von Jörn Schaas für einen Podcast aufnehmen. Also wenn sich da noch jemand berufen fühlt, Audiogrüße zu schicken, dann könnt ihr das machen an omg400.jörnschar.de. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis er das tut. Oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast. Alles Gute.